Hallo und Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe, wo ich tot bin. So. So. Den nächsten hatten wir ja auch schon in der letzten Folge gehabt, aber die hab ich nicht geschafft. Und die schaff ich auch jetzt nicht. Ich bin nur kein Fliehchen. Schmetterling meine ich. So. Hier die Sonnenscheine sammeln schnell. So, jetzt muss ich Spezial oben sammeln. Weil der unser Griffel... Ähm, nee. Dann macht er mit mir den Bierhack. Nein. It's over. It's damn right over. So, jetzt geht die Brücke wieder runter und wir können... Röpa. Röpa-dupa-dupa-dupa-dupa-dupa-dupa-dupa. Ja, super. Oh man, ich hab kein Leben. Yo, das dachte ich mir. Scheiße. Aber egal. Ja, Summer. Was denn bedeppert den Kopf? Spring da grad hin, wo der die Granaten schmeißt. Alles klar. Yeah. Wieder so'n Punkt. Wo ich denk... Komm ich nirgendswo rein, ne? Nee, aber... Sonnenschein hab ich auch alle. Okay, weiter geht's. Da. In die Tür kommen wir rein. So, jetzt gehen wir erstmal da rein und... Öffnen die nächste Truhe. Was wird es sein? Oh, davon haben wir schon eins. Das ist für die Seltenheit... Ähm, für... Geheimnisdetektor. Okay. Ich bin im Glaube, dass wir einiges schaffen. Weil ich mehr drauf achte. So, Leben haben wir jetzt gekriegt. Super, wunderbar. Da oben haben wir bestimmt auch nochmal Leben. Oh, jetzt hat der ne Peitsche. Oh, jetzt hat der ne Peitsche. Fuck. Weiter geht's. Danke. Da. Wow. Oh. Oh no. Ein Golan gebaut aus Relikten. Ja, aus Relikten. Stell dir vor. Und du bist ein blauer Troll, der rumnerven muss, gell? Yo, yo. One more time. One more time. Ich hole schon mal die Stimme. Immer einsammeln. Ja, hau doch ab. Du feige Sau. Und ich komm hinterher. War da noch was? Ne, nur ein komischer Ausblick. Und der verschwendet oben die Munition. Das wäre das, wenn sie, ähm, nicht unendlich Munition hätten. Dann würde sie sich irgendwann ja mal, ähm, verbrauchen. So. Ne, ich, äh... Können wir mich erst mal um deinen Kollegen. Mach dir ein bisschen zu viel Mocke. Und es ist ein bisschen zu laut. So, jetzt komm ich zu dir. Hab's jetzt auch ab, denk ich mir. Das denk ich mir. Schisskopf. Ah, ne. Vor ich weitergehe, hier oben sind auch gute Sonnensteine. Das Geschlitzer fängt jetzt an. Ah, ich weiß es auch nicht. Das sah... Ach, man. Kann ich hier wenigstens rein? Ah, nicht. Und das Spiel ist auch abwechslungsreich. Ich nenne immer dieselben Mechanismen oder so. Auch hier mal draufstellen. Ding. Und das Tor geht auf. So. Jo. Ja, das ist besser, gell? Hahaha. Das war gut. Das reichte langsam, gell? Ja. Danke. Erstmal Schätze holen und so und dann geht's weiter. Das ist eure Follow-host. Aber jetzt werden wir riesig. Das bin ich wohl. Los, mir nach. Lass uns die anderen suchen. Jo, lass uns die anderen suchen. Ah, Shake. Überwältigende Macht. Kapitel 3 von 4. Merle, jetzt rass mich aus, ihr. Oh, Mann, ist mir warm, ey. Scheiße, Hitze da. So, hier haben wir alles. Schade, dass wir hier nichts zerstören können. Ich mach auch gleich bei mir mal die Tür auf, damit ihr bis mal die frostige Luft reinkommt. Nee, das ist... Kommt noch mehr warme Luft rein. Na, was wollt ihr? Wollt ihr was sagen? Und jetzt... Was ist das? Boah. Hä? Ah, ich dachte, wir sind Sonnenstein. Das sah eben so komisch aus. Sonnenstein und Eisenstein, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei, doch ich bin uns treu. Und das ist der Panja-Wurst. Ja, so ein bisschen singerisch veranlacht bin ich auch. So, soll ich... Hätte ich nehmen können. Jump to the death. It's all right. La, la... Nee, ich guck erst mal hinten. Ja, siehste mal. Ha? Hier. Und das hab ich zu selten gemacht. So, was haben wir jetzt gefunden? Zeitdehner-Teil. Seltenheit. Da wir jetzt haben wir drei von fünf. Super. Super. Toll. Toll, freut mich. Jetzt lauten wir so zum Ende hin. Fertig. Ja, ich dachte, wir können auch einfach durchlaufen. So, wir können auch noch mal übersehen. Ah, wir sind der beste Knack in der Welt! Ah, geil, war ich auch mit dem... Achso, Scheiße, nee, das ist Schutzfilm. Tja, das war... Fehlerche. War ein bisschen besser auf mich aufpassen. So, jetzt wird's einigermaßen ein bisschen schwieriger. Der Panzer vor allen Dingen. Wenn er diese Sachen macht, dann muss ich am besten rausgehen. Und nehmen wir den Panzer mal mit. Ah, ne, dann kann ich die anderen Sachen nicht laden. Aber ich hab trotzdem irgendwas, äh, zerstört. Würde ich einfach mal so sagen, ne? Sagen! Nein! Ja, komm! Macht mich größer! Da habt ihr sch... Hier kommt Hilfe! Wo kommt denn der jetzt her? Also manchmal... Los, los zur Teppe! Der macht mich sehr wütend! Halt dein Maul da drüben! Ach nee, hier ist es ein Panzer-Wall! Ich wollte die Kugel auffangen, hm? Hab... Wollt... Lass mich in Ruhe! Arschloch! Na? Ach, scheiß'n Dreck! Ach Gott! Das ist schwer! Ey du! Ich krieg gleich ein paar aufs Maul! Die Kugel! Ah, hey, you get myself unzengelay. Ich höre, ich höre, ich höre! Ich höre, ich höre, ich höre! Schön, dass ich hierhin bin! Ich habe nicht den Panzer noch. Kann ich gegen den anderen werfen. Ach scheiße. Jetzt gehen wir aber erst mal hier rein und schauen, was uns erwartet in der nächsten Schatztruhe. Was haben wir gefunden? Ein Doppelbatterie-Teil. Das ist für... Kann doppelt so viel Sonnstein-Energie ansammeln und mächtigen Supermoves entfessen. Supermove. Warum auch nur noch drei... Oh nee. Zwei Stück. Zwei. Toll. Toll. Die gute Sonnen-Energie mitnehmen. Solar World. So, gehen wir mal weiter. Die Folge geht. Ist gleich vorbei. Aber ich mache noch ein bisschen weiter. Jetzt sage ich schon mal Dankeschön oder haben wir hier noch was? Nee. Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tschau.